Hallo Leute, jetzt kommt mal in meinem Video. Ich bin gerade echt traurig, dass das passiert ist. Ihr fragt euch, warum mein Haus so geändert wurde. Ich erkläre es euch kurz und knapp. Mein Aufnahmenprogramm dachte sich, Yo Bruder, ich verpiss mich mal. Und dann hat man mich null gehört. Null. Man hat mich komplett nicht gehört. Es liegt nicht an Kopfhörern. Es liegt nicht am Mikrofon, was auch immer. Es liegt ganz allein auf das Aufnahmeprogramm. Ich bin so traurig gewesen. Ich hab die ganze Zeit Sachen gefarmt, wie zum Beispiel Dista. Hab ich noch ein Derit-Ding gefarmt und so weiter. Und ich war halt extrem wütend, wo ich Dista gehört habe. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hab gar keinen Bock mehr. Mein Aufnahmeprogramm ist schlimmer wie noch was auf dem Playstation. Ich find das echt scheiße. Naja, jetzt machen wir mal das weiter. Normalerweise hab ich in der letzten Folge gesagt, also wo mein Aufnahmeprogramm abgestürzt ist, dass ich Dista erst morgen machen wollte. Aber ich mach's erst heute, weil das ja bei euch das fünfte Teil ist. Naja, wir holen uns mal... Das können wir eigentlich Full-Ding machen. Das können wir nicht mit Nidarit-Baren machen. Hä? Hä? Wie kann man eine Riedrüstung machen? Hä? Warte mal... Was? Wir müssen das wieder runter. Wir sind da noch nicht mit der Riedrüstung. Aber ich muss das noch mal mal machen. Super. Jan, ich muss das nicht mehr associieren. Einmal für den Riedrüstung machen. aber, was ist das noch nicht mehr so? ich schaue ganz kurz von youtube nach dann sehen wir uns gleich okay ich habe nachgeschaut wir brauchen wartet wir hatten noch mal eine hier hier das ist es nicht wir brauchen so ein teil ich zeige es euch wartet ist hier nein bruder der war doch hier entwo ich bin doch nicht behindert es war hier entwo wenn ich es gefunden habe ich sag's euch bescheid bis gleich okay ich habe es gefunden zwar bei dieser haus wir brauchen diese schmiedetisch das habe ich doch mal bei mein haus gefunden warum habe ich auf einmal nicht mehr gefunden warte mal ah das ist kartentisch gewesen egal so wenn ich das da jetzt hier mache und das da hier brauch ich extra diamantrüstung oder was oder wie jetzt ich brauche diamantrüstung dafür leute ich habe ganz kurz diamanten dann sehen wir uns gleich ich habe die ganze zeit diamant gefarmt leute guck mal mein spitzack ist fast kaputt okay das war jetzt davor auch aber ich habe noch einen gecraftet man es ist so es ist das ist das dann und dann zack nedarit helm nedarit stiefel nedarit hose diamanträst platte diamanträst brust platte diamanträst brust platte es aussieht wie so bad truck naja fertig ist unsere werkstück so und das da auch dann machen wir daraus stöcke also es ist dann warte okay wir können keine stöcke mehr machen dann dann das hier schwert haben wir schaufel ähm spitzacke ja mehr nicht so mhm tak oder hä wie macht man dein schwert hä wie macht man dein schwert achso ich muss doch bachen machen da raus alles doch schon hier what the fuck so zack nedarit schwert nedarit ding nedarit ding nedarit ding diamant spitzacke soll bleiben so haben wir sehr viele stuff sehr gut und wir machen daraus eine holzhacke gipses ah nein wir haben das nicht holzhacke und die baren legen wir hier nedarit schrott kommt hier ich habe extrem viele nedarit gesammelt Leute es tut mir leid dass diese Folge bisschen kurz ist Leute es ist sogar extrem kurz aber ich kann nichts dafür ich muss gleich auch noch ein Video drehen man möchte noch ein Video drehen so so ähm so wir gehen ganz kurz schlafen ganz kurz der cut so ich muss mein mikrofon ein bisschen näher machen es tut mir leid nein Leute wenn ihr mich falls ihr mich zu laut hört ich würde auch gleich das Video angucken wieder aber ich muss ein paar Einstellungen an dieses Kopfhörer machen so so zack sehr gut sehr gut netarit bruderbeste so so oh Junge nervlich dein scheiß Rüstung egal egal das war es dann mit dieser Folge ich habe es euch gefallen ich weiß es ist sehr kurz gewesen vergesse ich lag das was noch nicht zu abonnieren da vergete mich nur zu schützen schaut mal an der Video vorbei und ja wenn ihr Mentor findet ihr mal lasst ein Like da abonniert mich aber dass die den 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017